hallo und herzlich willkommen zu einem neuen unboxing auf meinem kanal was dann boxen wir heute fragt ihr euch vielleicht ihr habt ja in dem einen oder anderen video dieses prachtstück von monitor hier mal gesehen hat nicht mal hdmi oder displayport ja er hat nie wirklich seinen zweck erfüllt aber heute wird sich das ändern naja er wird auch morgen nicht diesen zweck erfüllen aber etwas anderes wird diesen zweck erfüllen nämlich das hier wozu brauchen wir eigentlich messer das ist also kurz gesagt wir unboxen heute in den monitor und zwar nicht irgendeinen sondern den hp 24 es jetzt gucken wir erstmal was hier alles drin ist ein software cd und ich glaube bedienungsanleitung das scheint die halterung zu sein an der das ganze später steht stromkabel überraschenderweise ist ein hdmi kabel dabei normalerweise ist sowas nicht dabei also finde ich cool standfuß so nun haben wir alles er ist groß guckt euch an wie dünn der ist bevor wir den aber anschalten müssen wir erstmal gucken dass wir den aufgebaut bekommen und dazu muss der alte vermutlich erstmal weg jetzt den monitor entfernen der alte monitor ist jetzt weg ja jetzt bauen wir irgendwie den neuen auf also so wie rum ich würde sagen so okay das war einfach einfach als gedacht zumindest da rein sliden und etwa festdrehen oder wie look safe to me alles andere sollte funktionieren so und wir machen das jetzt einfach so davon muss ich leider auf mein mikrofon verzichten bis ich meine verlängerung wieder gefunden hat das ist verhältnis ist nicht schlecht ich hätte auch im größeren nehmen können aber ich wollte nicht dass das verhältnis zwischen dem laptop display und dem externen display zu groß ist weil der laptop ist 17 zoll und der ist 24 2 bzw 23,8 wenn man es genau nimmt ich finde das verhältnis ist eigentlich so am besten und ich hätte auch keinen größeren gewollt das wollte ich nur mal sagen bevor wer einen kommentar schreibt ich glaube mein subwoofer unter dem tisch wird weichen müssen dann muss ich woanders anschließen da ist er auch schon hier da könnt ihr euch selber sehen ich weiß es ist ziemlich unaufgeräumt in meiner kleinen ecke hier und auch da hinten so jetzt schließen wir den aber mal an anschalten wird helfen und das ist cool jetzt habe ich die maus da und da das heißt ich muss noch kurz was einstellen guckt euch das an also genau so habe ich mir das vorgestellt bin gespannt wie sich damit arbeiten lässt auf jeden fall war es das jetzt mit dem unboxing und aufbau zum hp 24 es ich werde mich jetzt erst mal an das arbeiten mit zwei bildschirmen auf dauer gewöhnen müssen und ja und ich würde sagen wenn es euch gefallen hat gibt mir noch oben wenn ich dann nicht und wir sehen uns im nächsten video bis dahin ciao bis dahin